Hallöchen, Q&A, schön, dass ihr da seid. Es gab richtig viele Kommentare und davon waren ganz viele Lob für die Schüler und Schülerinnen, für den Einsatz gegen den Klimawandel. Und es hat mich echt gefreut, auch dass viele von euch gesagt haben, ja, sie sind dann jetzt zukünftig vielleicht bei Demos dabei oder dass sie auch schon Teil von Fridays for Future sind. Natürlich kamen aber auch die Hater aus den Löchern. Und ja, was soll man da sagen? Da kamen Kommentare wie, verwöhnte Kinder, die sollen nochmal arbeiten gehen und die haben doch sowieso alle iPhones in den Taschen und tragen Klamotten aus Bangladesch. Ganz ehrlich, so negative Kommentare schreiben sich natürlich super einfach, wenn man einfach hinter der Tastatur in einem wohlbeheizten Zimmer sitzt. Aber den Arsch hochzukriegen und bei minus drei Grad sich stundenlang auf die Straße zu stellen, ist schon ein bisschen was anderes. Von daher würde ich all die Fragen, die solche Kommentare geschrieben haben, was habt ihr denn zuletzt gemacht, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Denn klar, man kann den Schülern und Schülerinnen vorwerfen, dass sie nicht 100% konsequent sind, aber irgendwo muss man ja halt mal anfangen. Einige von euch wollten wissen, warum die denn an einem Schultag demonstrieren, warum nicht an einem Wochenende. Und die Antwort darauf ist ganz einfach, denn der Regelverstoß führt natürlich dazu, dass das Aufmerksamkeit gibt, dass die Leute darüber reden. Und das seht ihr ja schon daran, dass wir darüber reden. Also scheint es ja Erfolg zu haben. Außerdem haben sich einige daran gestoßen, dass wir im Film auch einige Male das Wort Schwänzen benutzt haben. Sie hätten lieber das Wort Streiken gehört, denn Schwänzen klingt ihnen etwas zu negativ. Das kann ich irgendwo nachvollziehen und deswegen haben wir auch unter anderem den Titel vom Film angepasst. Das ebenfalls war es mit der Unterrichtsstunde für diese Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.